Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und wir spielen das First-Person-Horror-Adventure Among the Sleep. Ich weiß noch nicht, was davon zukommt. Ich habe keine Let's Plays geschaut, auch sonst nichts über das Spiel gelesen und bin gespannt der Dinge, die da kommen mögen. Nur mal kurz reingeschaut wegen der Steuerung. Ich kann meinen Controller nicht benutzen, habe gelesen, dass es da ein Workaround gibt für den Xbox One Controller, aber der funktioniert bei mir nicht. Und deswegen spielen wir mit Tastatur und Maus. Wir beginnen eine neue Geschichte. WSD-Steuerung, Space to Climb, Untertitel auf Deutsch. Los geht's. Hier schon alles interaktiv. Oh. Oh, das sieht aber lecker aus. Oh, schau dich an. Du bist so adorabel in deinen kleinen Fußpajamaen. Ich werde zwei. Wow, zwei Jahre heute. Ja, die Zeit vergeht wirklich schnell. Ich denke, ich kenne einen kleinen jemanden, der bereit ist, für ein Kuchen. Ich, ich, ich. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo-choo. Hier kommt es. Durch den Tunnel. Choo-choo. Wer ist das? Okay. Mama? Was passiert hier? Was machst du hier? Nein! Nein! Oh, ein Geschenk. Schau, was ich gefunden habe. Ich wundere, was es ist. Warum gehen wir nach oben und finden Sie? Warum nicht? Oh, mein Gott. Wie viel Kuchen hast du? Na ja, nicht so viel, wie ich hätte gerne wollen. Essen wollen. Essen wollen. Krillbite Studio Krillbite Studio Präsent. Among the Sleeve. Schöne Halskette. Hier sind wir. Hm. Jetzt schauen wir, was drin ist. Vielleicht ist es ein neues Kuchen. Oh ja. Ah. Okay, Sweetie. Ein Bär. Sei ein Bär und spiel für ein bisschen. Mami wird gleich zurück. Oder eher ein Teddy, ne? So, das Spiel speichert. Halte Left-Mouse-Button gedrückt, um Objekte auszuwählen. Okay. Gut, das funktioniert. Verwende Nichts, um zu kriechen. Das ist dann wohl Steuerung. Die Leertaste, um zu klettern. Wir öffnen die Schubladen. Okay. Klassische Steuerung. Wo ist er hin? Hier der doofe Elefant. Wo ist mein Teddybär? Oh, cool. Choo-choo. Ein bisschen Chaos anrichten. Gut. Genug rumgespielt. Hey, du hast mich gefunden. Jawohl. Mein Name ist Teddy. Schön, dich zu treffen. Hey, was ist dein Name? Ich bin Cheeky. Ich bin Cheeky. Nicht so viel von einem Sprecher, oder? Nee, heute nicht. Lass uns ein Spiel spielen spielen. Ich weiß, wie hoch ein Elefant ist, während du nicht schaust. Ich glaube, ich habe ihn schon gesehen. Hier ist er. Du hast ihn gefunden. Wow, ist das eine Musikbox? Das funktioniert? Das ist eine schöne Melodie. Was ist das? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fairly well. Oh. Diese ruhige Einleitung gefällt mir sehr gut. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Wir wissen, wie es funktioniert. Teddy scheint nett zu sein. Okay. Wir gehen zum Schrank. Das räumen wir mal. Oh, das ist auch schwer. Das räumen wir mal weg. So. Bowling Pins. Strike. Hier ist aber wirklich dunkel drin. Das hoffe ich auch. Drücke nichts, um Teddy zu umarmen. Da muss ich mal eben nachschauen. Teddy umarmen ist F. Okay. F für Flashlight. Oh, das ist aber ein riesiger Schrank. Sehr gruselig. Ich glaube, wir müssen hier sein. Wir müssen beantworte. Oh, das ist das. Gut, das sah geradeaus wie Blut, was da runter tropft. Das sind wohl nur Funken. Oh, Gott sei Dank. Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now. You can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Good night. Every little boy and girl are sleeping now all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Gute Nacht. Gute Nacht. Schöner Anfang. Wie wir sehen, sehen wir nicht. Wie wir sehen, sehen wir nicht. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Oh, da bewegt sich was. So, ich kann mich bewegen. Teddy ist weg. Ich kann also nicht Teddy umarmen, um jetzt etwas Licht zu machen. Ich schaue mich mal gerade was um. Okay. Wir kriechen durchs Dunkel. Achso, okay. Q und E können wir benutzen, um das funktioniert nicht so ganz. Mhm, mhm. Gut, ich versuche mal, ob wir mit dem Hocker da oben in die Türklinke kommen. Und Geräusche im Hintergrund. Und Geräusche im Hintergrund. So, wenn wir kriechen, sind wir schneller. Das haben wir gelernt. Die Waschküche. Mal rein. Die Geräusche werden lauter. Ist hier etwas in der in der Waschmaschine? Oh, Teddy. Ja, das glaube ich auch, dass hier etwas nicht stimmt. Ist ja grauenhaft. Nicht richtig. Wir brauchen dich, deine Mutter. Okay. Gut. Jetzt können wir schon mal Licht machen. Was war das? Sehr atmosphärisch. Die Soundkulisse. Und sehr gruselig. Mir läuft hier ein Schauer nach dem anderen über dem Rücken. Kann mich immer sehr gut in solche Spiele hineinversetzen. Okay, wir müssen in den Keller. Nehmen wir die Treppe runter. Ganz vorsichtig, natürlich. Okay, dann kriechen wir doch mal. Das Spiel scheint an bestimmten Checkpoints zu speichern. Mr. Bean. Das mit dem Fernseher erinnert mich jetzt ein bisschen an Poltergeist. Auch ein sehr gruseliger Film. Ah! Ah! Können wir hier drunter kriechen? Ja. Unter dem Tisch auch? Ja. So, ich trau mich mal zum zum Fernseher zu gehen. So, ich trau mich mal zum Schau. Ich schau. Ich schau. Blutdruck. ist wohl die Schale mit Obst runtergefallen so schnell unter den Tisch oder der Kühlschrank aus dem Kühlschrank so Licht ist immer gut mein Gott so wo müssen wir langen müssen wir hier in den Keller können wir das hier ziehen ein Stuhl so das sollte funktionieren ich glaube hier geht es nach draußen ein Stuhl